Herzlich willkommen bei einem neuen Passive Income Quickie und heute möchte ich mit dir über das Thema FBA sprechen. Ich werde dir innerhalb von 60 Sekunden das Geschäftsmodell kurz und knackig vorstellen und dazu starte ich jetzt meinen Timer. FBA steht für Fulfillment bei Amazon und bedeutet, dass du als Versandhändler deine Produkte bei Amazon ins Lager schickst und Amazon sich um die komplette Versand- und Lagerlogistik kümmert. Das heißt, nachdem du Produkte geordert und auch qualitativ überprüft hast, beziehungsweise auch das kannst du sogar auslagern und an anderer Stelle machen lassen, liegen deine Produkte bei Amazon im Lager. Amazon verschickt sie, Amazon kümmert sich darum, dass die Waren, die zurückgehen, auch wieder eingelagert werden beziehungsweise was auch immer du bestimmst, was mit diesen Waren geschehen soll, sodass du ein völlig ortsunabhängiges Laptop-Business hast, weil du nur die richtigen Waren herausfinden musst, bestellen, einmal qualitativ überprüfen, dann zu Amazon ins Lager schicken und dann eigentlich nur noch dafür verantwortlich bist, dass das Listing, also die Präsentation deiner Waren auf Amazon richtig, richtig cool ist. Und das war es im Endeffekt auch schon. Wenn das Lager leer ist, musst du nachordern und das sind die Hauptaufgaben, die du als FBAler hast. Du siehst, wir haben es in knapp unter, naja, etwas über einer Minute geschafft. Du weißt jetzt ungefähr, was FBA ist. Wenn du das spannend findest und mehr darüber wissen möchtest, beziehungsweise dich auch andere Wege interessieren, wie du dir ein passives Einkommen aufbauen kannst, dann lade ich dich ganz herzlich zu meinem Orientierungscoaching für passives Einkommen ein, wo ich dir all die Informationen gebe, die ich in den letzten Jahren zusammengetragen habe und du danach eine perfekte Grundlage hast, um zu entscheiden, womit du durchstanden bist. Ich schicke dir liebe Grüße und fühle mich sehr freundlich zu sehen.